hat angefangen mit dem live ohne mich aber egal ach so sorry hätte ich dich vorher fragen sollen sorry morgen frage ich euch ob du denn da bist wenn du nicht da bist dann gehe ich nicht live alles gut tut mir leid was erkannt du dieses gefühl erkennst du dieses gefühl wenn man abends im kickbox studio oder am abend ist mit seinen freunden oder so so geil ja aber wie alt bist du ab die das sagst du mir ist doch schon in dem alter wo du auf berge schaust ja bestimmt ist auf jeden fall 17 ok da geht die blut sich schon gut ab natürlich sagt code natürlich 813 513 813 513 kommt rein meine freunde was ja was hab ich dir gestern beigebracht das heißt nicht einzigste dieses wort existiert nicht das heißt einzige ja ja und vielleicht vielleicht welches das wort noch groß rausbringen vielleicht gibt es da bald einzigste im duden weißt du doch nicht dünner mann ich da mal vor ist es kommt wirklich eine apokalypse alle menschen sterben nur ich überlebe und dann wenn er die neue generation kommt und ich den leuten beibringen dass es einzigste heißt schon plopp gibt es das wort einzigste mega oder pass auf er muss aufpassen er wird von allen geboxt und ein er muss weg gehen die verfolgen nicht alle nein ein noch einer bratwurst ja erst raus sehr schön omega hat einfach doppel gemacht der war gut was hast du das ist das ist das ein hack item was ist das verstehe ich nicht also was soll das jetzt so hä 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 wieso ist er jetzt tot ja genau nähst du die deppen ne du bist dein größter depp heute gewesen auch dich zu verfolgen ja tschüss ein bisschen ruhe wieder hier kommen schnell auf den anderen plot gehen bevor die ganze armee kommt jetzt habe ich nicht verstanden was lord wollte was er willst du in den club der in den club der fernrohre bitte da sind die coolsten drin ach so da gibt mir jetzt noch fernrohre jetzt bin ich im club jetzt bin ich im club drin ja mega behalte ich auf jeden fall danke schön dann verneige ich mich von dir sehr schön mega wie nutze ich das nice 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 recht habe ich gemacht der cool panda gibt doch essen lang doch essen hast du jetzt auch erst damit mir so komm her äh 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 dings und kühl sehr nice mal hier diese stru- äh dinger hier hallo macht da irgendwas guck nach hinten ach so jetzt nach oben jetzt wo ich stehe und jetzt hast du zeit verschwendet das was wir von emro kommt ja mega was wollten wir zeigen wunderbar ganz ehrlich anfangs hast du dich auch schon älter benommen jetzt in letzter zeit ja hast du so deine denn deine marken wo man merkt dass du erst zwölf bist wenn die 14 warst du ne ja 12 oder 14 man merkt dass du zwölf bist seit stumblegeist ja stumblegeist hat dich verblödet genau stumblegeist verblödet echt ne ach big mac sei mal ehrlich in meiner prime war ich besser als nightbot das gibt sogar clip ne gibt es nicht naja wer das stumblegeist anzeigen macht das koala pizza naja nightbot ist schon gut ne an nightbot muss erstmal rankommen können wir deinen namen aber ohne sprechen jemand machen was meinst du felix können wir deinen namen aber ohne sprechen niemand machen ok die schreibweise erinnert mich so ein bisschen an big macs ersten nachrichten hier auf dem kanal er hat früher auch so geschrieben man muss sagen big macs wenn ich gerade lese team big mac nimmt rotfarbe wollte ich jetzt gerade sagen das hat sich gebessert aber das war ja auch schon wieder so ein satz was keinen sinn ergibt team big mac nimmt rotfarbe lan echte rotfarbe ja was nimmst du Bis zum nächsten Mal.